Ja, alles was atmet, lobe den Herrn, ja, atmet alle noch, ja, also sind wir schon mal aufgefordert und ich möchte euch gleich weiter noch ein bisschen auffordern oder vielmehr ermutigen, aber zunächst sollte ich mich ja kurz vorstellen, da ich erfolgreich ein Interview abgelehnt habe, denn ich denke immer, da kommen solche Fragen, wo ich meine, naja, habe ich vielleicht gar keine Antwort und ich finde es eigentlich auch gar nicht ganz so wichtig, ja, vieles über mich zu wissen, weil das, was ich wirklich gerne mache, ist, euch das Wort Gottes zu verkündigen, das soll im Mittelpunkt stehen, aber damit ihr ein bisschen wisst, wer hier ist, Siegfried Lefrink ist mein Name, meine Frau heißt Waltraud und sie sitzt auch hier, aber so versteckt, dass ich sie selber gar nicht sehe, da hinten, naja. Ja, wir sind seit Ende 2020 wohnhaft in Gummersbach-Hülsenbusch und von daher kam das jetzt auch zustande, dass ich hier eingeladen worden bin. Davor war ich in vier Gemeinden Pastor, die letzte Gemeinde war in Heilbronn, also wir sind von Heilbronn, dem schönen Süden, in den etwas kälteren Norden gezogen, es gab, ja, einige gute Gründe dafür, es hat aber auch einige gute Gründe gegeben, dort unten zu bleiben. Ja, davor in Hagen und davor auch noch in zwei anderen Gemeinden, ja, wir haben drei Kinder, die sind verheiratet, acht Enkel, ja, mehr will ich mal gar nicht sagen, also das Wort Ruhestand habe ich nicht gebraucht, weil ich so etwas eigentlich nicht kenne, ich rede vom Renteneintrittsalter, das habe ich jetzt hinter mir und, ja, arbeite immer noch. Gut, jetzt lobe den Herrn. Psalm 63, da ich euch nicht kenne, ich war noch nie hier und auch gar nicht weiß, was euch so besonders bewegt, habe ich gedacht, ich nehme etwas, was auf jeden Fall nicht unbedingt in eine konkrete Situation hineingesagt werden muss, sondern was einfach für uns alle hilfreich sein könnte. Psalm 63, ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Judah aufhielt. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich, wie ein Durstiger, der nach Wasser lächzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielte ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen, mein Leben lang im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert, den Schakalen werden sie zur Beute. Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner aber wird gestopft. Es ist gerade von Marc schon einige Male so angedeutet worden, dass wir mit der Gegenwart Gottes rechnen und sie ist uns zugesagt. Und das ist es doch, was wir uns eigentlich auch wünschen von einem Gottesdienst, dass wir ihm dort begegnen. Das kann unterschiedlich aussehen, aber wir wünschen uns, dass wir bereichert nach Hause gehen, weil wir etwas erlebt haben von der Nähe Gottes. Aber eben das nicht nur im Gottesdienst, sondern auch sonst. Und doch könnte man meinen, ist das nicht ein zu hoher Anspruch, wenn ich sage, ich will Gott begegnen. Sollten wir das nicht ein bisschen bescheidener formulieren? Nun, die Bibel spricht davon, dass wir Gott begegnen können. Und die Frage ist für uns, können wir da Schritt halten? Ich möchte uns ermutigen mit diesem Psalm. Und zwar als erstes, indem ich euch sagen möchte, im Gebet können wir unsere Sehnsucht danach, Gott zu begegnen, ausdrücken. Ich hoffe, es klappt jetzt mit der Präsentation. Danke, es klappt. Da steht, Gott, mein Gott bist du. Dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lächzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Man könnte hier drüber setzen, meine Seele sehnt sich nach Gott. Und diese Sehnsucht auszudrücken, ist schon Gebet. Gebet ist nicht erst, wenn diese Sehnsucht erfüllt ist, sondern wenn ich diese Sehnsucht in meinem Herzen habe und damit einen Mangel empfinde und ausdrücke, dann ist das schon Gebet. David dichtet diesen Psalm in oder im Nachdenken des Erlebens in der Wüste. Und er sagt, so wie ich es jetzt körperlich empfinde, in dieser Wüste, dass ich Durst habe, dass mein Mund danach lächzt, nach Flüssigkeit, so ist auch meine Seele. Das ist nicht angenehm. Wenn ich das lese, denke ich immer an Paris, wo wir vor dem Eiffelturm standen, meine Frau und ich, und zu geizig waren, um uns was zu trinken zu kaufen. Aber ich hatte einen Wahnsinnsdurst. Und so kann es auch der Seele gehen. Aber Durst zu haben, ist ein gutes Zeichen. Es wäre gefährlich, Durst gar nicht zu empfinden. Stellen wir uns vor, der Körper braucht Wasser und wir empfinden das gar nicht. Es gibt alte Leute, habe ich mir sagen lassen, die empfinden das gar nicht und verdursten. Es ist etwas Gutes, etwas, das uns sogar froh machen kann, wenn wir diese Sehnsucht, diesen Durst empfinden. Es heißt zum Beispiel, am Anfang der Bergpredigt, glückselig, die geistlich arm sind. Ja, wer ist schon gerne arm? Aber wenn du das spürst, ist das kein schlechtes Zeichen. Oder glückselig sind die Hunger und dürstet nach Gerechtigkeit. Wer will nicht endlich Gerechtigkeit in dieser Welt? Wenn du das empfindest, dann ist das ein gesundes Zeichen. Und wenn du Durst nach Gott hast, die Gemeinschaft mit ihm suchst, ist das ein gesundes Zeichen. Dann brauchst du nicht zurückziehen und sagen, ich kann in der Gemeinde nicht auftauchen, ich bin nicht so hip vorne dabei und immer so und so, wie wir gerade zumindest im Film gesehen haben. Ich habe nicht umgeguckt, wie ihr euch bewegt habt. Ich dachte, machst du besser nicht. Gut. Oder habt ihr eine Kamera hier, dann kann ich nachher noch gucken. Lassen wir mal. Nein, jedenfalls, diese Sehnsucht ist etwas Gutes. Und so, meine Seele ist in der Wüste, das merken wir besonders in Krisenzeiten, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Und da haben wir ja jetzt auch eine zweijährige gemeinsame Erfahrung. Ich will das Wort endlich nicht mehr im Mund nehmen, aber ihr wisst, was ich meine. Wo du auch einfach merkst, da fehlt was. Und wenn du da gemerkt hast, zum Beispiel, ich habe auch keine Anregung mehr im Heiligtum. Also so schreibt er, mit dem geilten Verlangen hielt ich im Heiligtum aus, schau nach dir. Aber jetzt ist er in der Wüste, er ist nicht im Heiligtum. Also, als ich im Heiligtum war, damals war es ja noch die Stiftshütte, heute würden wir sagen, okay, wir haben Gemeinschaft in der Gemeinde, im Gottesdienst und so weiter. Da wollen wir einfach miteinander erleben die Nähe Gottes. Und das war jetzt lange Zeit eingeschränkt, so massiv eingeschränkt, dass ich hoffe, dass du auch für dich diesen Durst empfunden hast, dass dir was fehlt, dass sich das gar nicht gut anfühlt, oder? Ich mag jetzt keine Handzeichen, ich mag selber nicht die Hände heben zu, wenn ich irgendwie nicht gefragt werde in einer öffentlichen Versammlung, ja. Weil das manchmal ein bisschen ambivalent ist mit dieser Rauf-Runter. Aber überlege mal für dich, ja. Wie hast du das empfunden, diese Zeit? Hat dir was gefehlt? Hast du da, ich sag mal, das gehabt, was ich hier auch Durst der Seele nennen kann? Ich hoffe doch. Das wäre ein gutes Zeichen. Wenn du nichts vermisst hast, wäre das nicht so besonders gut. Und so wissen wir, dass es bessere Zeiten gab, die wir uns dann auch sehnlichst wieder wünschen. Oder Beziehungen, die zerbrochen sind und wir uns wünschen, dass sie wieder heil werden und wir wieder da ansetzen können, wo wir einmal waren, wo wir gut miteinander unterwegs waren. Das kann im familiären Bereich sein, im Freundschaftsbereich, ja manchmal sogar auch in der Gemeinde. Sehnsucht nach Gott, wer das ausdrückt, betet schon. Und hier wird es ja vielfach ausgedrückt. Ich suche dich, haben wir gerade gesehen, ich suche dich, ich lächze danach, ich verlange, ich spüre die Sehnsucht. Marta Beck hat es mal genannt, der süße Schmerz der Sehnsucht. Der süße Schmerz der Sehnsucht. Und dieser süße Schmerz ist ein guter Schmerz. Es gibt auch einen falschen Schmerz, eine falsche Wünsche, die uns Angst machen und in eine Unfreiheit hineinführen. Aber eine gute Sehnsucht oder der süße Schmerz der Sehnsucht wird immer begleitet von Liebe, Freude und Frieden. Bibelkenner wissen, jetzt habe ich die Frucht des Geistes am Anfang zitiert. Ja, der süße Schmerz der Sehnsucht wird begleitet von Liebe, Freude und Frieden und damit von dem Gefühl der Freiheit. Etwas, was sich nicht frei anfühlt, sondern in eine Verbissenheit hineinführt, ist nicht die Sehnsucht, die Gott sich wünscht, dass sie in uns zustande kommt. Und so sollten wir versuchen, unserer Sehnsucht, unserer tiefsten Sehnsucht auf die Spur zu kommen. Und das dürfen wir tun, wo immer wir uns befinden und eben gerade jetzt auch da, wo wir uns jetzt befinden. David konnte sich nicht sagen, ja, ich verschiebe diese Sache mit der Sehnsucht und Gott suchen mal auf die Zeit, wenn ich wieder im Heiligtum sein werde, wenn es ein bisschen ruhiger ist, die Feinde mich nicht mehr verfolgen und so weiter, dann mache ich das wieder. Nein, da, wo er ist. Und es geht nicht darum, dass du jetzt überlegst, ich sollte eigentlich da und da sein und wenn ich mal da wieder bin, ja, dann werde ich auch wieder richtig durchstarten mit dem Glauben und mit der Sehnsucht nach Gott. Da bist du aber nicht. Du bist genau da, wo du jetzt bist, hier. Gedanklich, vielleicht ja auch, ja. Vielleicht bist du auch ganz woanders mit den Gedanken. Aber da bist du nun wirklich. Und da beginnt es. Da setzt Gott immer an. Glücklicherweise. Denn sonst könnte er uns nicht finden. Und so sagt er, so bin ich auch beschäftigt in der Nacht mit Gott. Übrigens, dieser Psalm, der war in der alten Kirche ein Morgengebet, so hat Luther auf Olde versetzt, Gott, du bist mein Gott, früher wache ich zu dir. So ist es zumindest in der Ausgabe von 1912. Aber eher geht es hier um eine Situation, wo er sagt, ich kann nicht schlafen nachts. Ja, kann man sich auch vorstellen. Wenn Feinde unterwegs sind und ein Unzingeln, schläft man nicht besonders gut. Kann ich mir gut vorstellen. Aber dann sagt er, was passiert in dieser Nacht? Da war ich voller Sorgen erfüllt, weil ich einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nah. Nun, er kann seine Lage nicht verändern, aber er kann seine Lage und die Gedanken, die er damit verbindet, in Verbindung bringen mit Gott. Und wenn ich das nicht tue, bleiben nur Sorgen übrig. Das ist das Schöne, dass wir auch in der Nacht, wenn wir nicht schlafen können oder noch nicht einschlafen können, im Gespräch sein können mit Gott. Und wie oft hast du dich vielleicht schon wieder gefunden im Gespräch mit Gott? Manchmal beten wir ja auch, obwohl wir es gar nicht für uns vorgenommen haben. Weil wir einfach, ich hoffe, dass ihr das erlebt, ja, und dass ihr dann betet. Und ihr wolltet vielleicht auch noch das Abendgebet sprechen und schlaft darüber ein. Einen besseren Schlaf gibt es nicht. Oder? Man müsste sagen, man müsste sagen, ja, aber kann man doch nicht machen, man kann nicht beten und dann einschlafen. Ja, im Hauskreis ist es ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich aber Probleme, wenn im Hauskreis lange gehe und dann noch eine Gebetsgemeinschaft angeschlossen wird und dann noch die Hände falten und die Augen zumachen. Also das finde ich immer ein bisschen schwierig, ja. Aber im Bett, wenn ich da noch bete und mit meinem Gott spreche und dann einschlafe, das ist doch nicht passieren, oder? Also ich stelle mir vor, da bringt eine Mutter ihr Kind ins Bett und das Kind erzählt noch die Erlebnisse des Tages und dann sagt die Mutter doch auch nicht, also jetzt wollte sie mir gerade was erzählen, jetzt hörst du mittendrin auf, ja. Sondern die lächelt, deckt das Kind zu und sagt süß. Das ist die süße Sehnsucht nach Gott. Das ist die süße Sehnsucht, der süße Schmerz der Sehnsucht nach Gott. Und so sagt er hier, mein Gott, bist du, dich suche ich. Logisch ist das eigentlich nicht, oder? Wenn ich sage, mein Gott, du bist mein Gott und jetzt suche ich dich. Was denn nun? Ist er mein Gott oder ist das nicht? Wenn ich doch suche bin, ich habe ihn doch gefunden, wenn er mein Gott ist, oder nicht? Jemand nannte das das Paradoxon der Liebe der menschlichen Seele. Also es ist irgendwie ein bisschen das Paradoxon. Alle Eheleute, die sich gut verstehen, kennen dieses Paradoxon, oder? Als Mann sage, ich habe eine Frau, aber ich suche sie immer auch noch. Ja? Ich suche sie auch noch. Denn wann hat man den anderen wirklich ganz? Denn bei Begegnung ist es ja so, ich habe ja nicht die Begegnung mit dem anderen. Ich habe das Verhältnis zu dem anderen ja nicht, wie ich ein Auto kaufe und es dann habe. Man versteht sich zwar die Treue und es ist ja wunderbar, wenn man Jahrzehnte miteinander treu unterwegs sein kann, aber ich habe nicht einfach nur meinen Partner. Sondern ich suche die Nähe und die Beziehung immer wieder neu, weil ich das nicht konservieren kann, glücklicherweise nicht. jede Begegnung ist eine aktuelle neue Begegnung und so ist es mit Gott auch. Ich habe Gott nicht einfach, indem ich eine Sache habe, sondern die Begegnung ist eine aktuelle neue Begegnung. Seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu, wie wenn du frische Brötchen holst. So ist das. So ist diese Beziehung. Und jede lebendige Beziehung wird so empfunden. Aber kommen wir zu dem zweiten. Wollte ja auch noch haben, weil ich einen Stauf. Das stimmt ja. Das zweite Gebet, das Glück Gott zu begegnen. Hier steht, denn deine Güte ist besser als Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, ich will dich preisen, mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben. Ich habe das gerade gesehen, so im Film. Fällt ein bisschen schwer. Weil wir das immer mit bestimmten Gruppenverbindungen, wo wir sagen, ich weiß nicht, ob ich da so ganz hin will. Aber gut. Meine Seele freut sich des Herrn, würde ich mal sagen. Als Überschrift. Meine Seele freut sich einfach des Herrn. Er sagt, die Güte Gottes ist besser als das Leben. Denn die Güte Gottes bleibt, auch wenn das Leben hier zu Ende geht. Und als er in der Wüste ist, war dem David alles genommen, was ihm viel bedeutete. Und gerade dann in solchen Wüstenzeiten, wo Menschen uns verlassen, wo einfach keine Anregung von außen ist und so weiter, musste ich zeigen, was mir die Begegnung mit Gott wirklich bedeutet. Und das Schöne ist, dass die Gnade, die Güte Gottes, es die erobernde Güte Gottes in unserem Leben ist. Und das zeigt, dass immer Gott die Initiative ergreift, um uns zu erreichen. Wir schaffen diese Güte nicht. Es ist ja seine. Darauf dürfen wir uns glücklicherweise berufen. Und so sagt Paulus auch, meine Gnade, sagt Gott, Jesus einmal zu Paulus, meine Gnade genügt dir. Das genügt dir. Wo immer du dich jetzt auch befindest. Und wir müssen uns klar machen, dass wir von dieser Gnade immer wieder Tag für Tag, Gnade um Gnade, also immer auch wieder neu, leben. Und dafür gebraucht hier ein Bild, das steht jetzt nicht in diesem Text, ich lese es uns nochmal, nämlich das Bild von einem Festmahl. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Jesus hat oft von solchen Festen gesprochen. Und in Jesus selbst, in seiner Person, haben wir Teil an solch einem Festmahl. Hier ist sogar von Fett und Mark die Rede. Gut, zumindest in damaligen Zeit war das das Besondere. Ich weiß nicht, ob das heute Empfinden noch so ist. Nimm also das Beste, was du dir in deinem Buffet vorstellen kannst und sag, so ist das für mich. So ist das für mich. Und in Jesus kannst du das finden. Da wird in diesem Sinne deine Sehnsucht gestillt. Und wenn hier von Loben und Preisen die Rede ist, nehmen wir es nochmal, ja, so will ich dich preisen, mein Leben lang im Gebet, will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rüben, dann geschieht das ja doch aus einem dankbaren Herzen. Und wir sollten uns immer wieder auch mal klar machen, was habe ich schon erlebt? Was habe ich schon empfangen? Was bedeutet es mir, jetzt mit Jesus unterwegs zu sein, wofür ich von ganzem, ganzem Herzen dankbar sein kann? Und in diesem Dank kommt es dann zu jenem Lob, wo wir unsere Hände zu ihm entgegenstrecken. Also diese Haltung, ob so, so oder so oder wie auch immer, ist geeigneter als so und so. Ich habe das so gelernt. Mir wurde gesagt, das sollte ich so machen, damit ich mich nicht ablenke. Doch ein schwacher Grund, um zu beten, oder? Damit man nicht abgelenkt wird. Also negativ festzustellen, wie man positiv etwas zu machen hat, ist immer blöd. Hier ist die Hände erheben und wahrscheinlich offene Hände erheben. Nicht, weil wir Gott etwas bringen. Das gab es auch natürlich im Alten Testament, die Opfer und so weiter. Nein, es sind vor allen Dingen die leere Hände, die wir unserem Herrn entgegenhalten, in der Erwartung, dass er sie füllt. Es ist unsere dürstende Seele, die wir ihm entgegenhalten, in der Erwartung, dass er diesen Durst stillt, dass er meiner Seelensucht begegnet. Wo wir jetzt schon bei den Händen sind, noch ein drittes. Nämlich, von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich. Oder man kann es auch so sagen, also statt Herz steht eigentlich Seele dort. Meine Seele klammert sich an dir, hängt an dir und deine starke Hand, wörtlich deine rechte Hand, die immer als die starke, aktive Hand bezeichnet wird, und deine starke Hand hält mich fest. Meine Seele hängt an Gott. Und das ist eine wechselseitige Aktion. Ihr merkt das hier schon. Meine Seele hängt an dir und deine rechte Hand, deine starke Hand hält mich fest. Wie eine Klette hänge ich an Gott, aber er greift zu mit seiner starken Hand. Und wenn ich das hier so lese, dann werde ich sehr schnell erinnert an Petrus, wie er auf den Wellen geht und dann Wind und Wellen sieht und dann ja singt. Ich denke, die meisten von euch kennen diese Geschichte. Und dann ergreift Jesus die Hand des Petrus. Wenn ihr es sehen könnt, ich habe rechts noch mal etwas vergrößert, wie er das macht. Also zumindest der Künstler hat es so dargestellt und das finde ich sehr passend. Es ist nicht die Hand des Petrus, die den entscheidenden Griff tut. Der entscheidende Griff ist die Hand von Jesus, sodass er nicht abrutschen kann. Wenn ich meiner Seele den Ausdruck gebe, dass ich mich ganz an den Herrn hänge und ich hänge an dir, Herr, ich weiß zwar nicht richtig, wie und was und wie ich das jetzt machen muss und was ich alles noch sagen soll und so weiter. Jesus sagt, ich habe schon verstanden. Ich halte dich. Ich halte dich fest. Und das ist entscheidend, wenn er mich festhält. Denn deine Sehnsucht, die du hast, die trifft auf die Sehnsucht Gottes. Und jetzt überleg mal, wer hat wohl eine größere Sehnsucht? Gott zu dir? Oder du zu ihm? Wenn wir gleich Abend mal feiern, feiern wir dann unseren Bund mit Gott oder feiern wir Gottes Bund mit uns? Oh, sagt ihr, das ist doch gegenseitig ein Bund, oder? Glücklicherweise ist der sehr einseitig. Wenn dieser Bund nicht von seiner Seite als neuer Bund angeboten würde, könnte ich ja gar nicht einsteigen. Ich kann ja nicht auf die Idee kommen und sagen, ich will einen Bund mit Gott machen. Wenn er keinen anbietet, kommt nichts. Seine Hand hält mich. Das ist Evangelium. Und bleibt Evangelium. Und mach nie etwas anderes daraus. Du wirst daran scheitern. Merken wir, der Weg ist einfach. Wie ein Kind, das zu seinen Eltern kommt. Und wenn das so ist, dann mach es nicht kompliziert. Und übrigens, sei nicht so bescheiden. Ich möchte enden mit einem Zitat von C.S. Lewis, der meinte, es scheint, als ob unser Herr unsere Sehnsüchte nicht als zu stark empfindet, sondern als zu schwach. Wir sind halbherzige Geschöpfe, weil wir mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herumspielen, während uns unendliche Freude angeboten wird. Wir sind viel zu schnell fertig mit den Sachen. Dabei gleichen wir einem unrissenden Kind in einem Elendsviertel, das weiter im Dreck spielt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wer fährt noch zu den Ferienern? Ich wollte jetzt eigentlich gar keine, ich habe ja gesagt, was ich davon halte, aber das war ja eine nette Frage. Also ihr fahrt noch ans Meer. Super. Aber wir halten uns manchmal wie Kinder, die im Elendsviertel im Dreck spielen. und das sei die ganze Welt. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen, sagt Sirius Louis. Also Sehnsucht nach Gott ist wirklich eine ganz starke Sehnsucht. Und das fühlt sich nach Ferien am Meer an. Sogar dann, wenn ich mich jetzt im Moment noch in der Wüste befinde. So, das ist das, was David hier erlebt. Also schlicht kommen wir. und kommen wir auch schlicht, wenn er uns einlädt, auch einlädt an seinen Tisch. Wie viele Gedanken haben uns schon im Laufe der Jahre oder vielleicht Jahrzehnte abgehalten, dieser Einladung zu folgen, weil wir dachten, ach, bin ich gut genug, bin ich nah genug dran, ich weiß nicht so richtig. Wenn du eine Sehnsucht in deinem Herzen spürst und diese deinem Gott sagst, bist du genau richtig. bist du an diesem Punkt. Warum nicht jetzt mit ihm ins Gespräch kommen? Lass uns eine Zeit der Gebetstelle haben, die ich abschließe. Danke, dass du uns genau da abholst und uns dort begegnest, wo wir sind. Und danke, dass es jetzt auch gilt, wenn wir miteinander feiern an deinem Tisch. Amen. Euer Christian. Untertitelung des ZDF, 2020